Bhagavad Gita, Vers 3.11 Wenn die Halbgötter durch Opfer zufriedengestellt sind, werden sie auch dich erfreuen. Und wenn so einer den anderen nähert, wird allgemeiner Wohlstand herrschen. Erklärung Die Halbgötter sind dazu ermächtigt, die materielle Welt zu verwalten. Die Versorgung mit Luft, Licht, Wasser und allen anderen Segnungen zur Erhaltung des Körpers und der Seele jedes Lebewesens ist den Halbgöttern anvertraut. Die unzählige Helfer in verschiedenen Teilen des Körpers des höchsten persönlichen Gottes sind. Ihre Freuden und ihre Unzufriedenheit hängen davon ab, ob die Menschen Yagyas ausführen oder nicht. Einige der Yagyas sind dazu bestimmt, einzelne Halbgötter zufriedenzustellen. Aber dennoch wird bei allen Opfern letztlich Sri Vishnu als der höchste Genießende verehrt. In der Bhagavad Gita wird ebenfalls gesagt, dass Krishna der Genießende aller Arten von Yagyas ist. Bogtaram Yagya Tapasam Deshalb ist die endgültige Zufriedenstellung des Yagyapati das Hauptziel aller Yagyas. Wenn diese Yagyas vollendet ausgeführt werden, sind selbstverständlich auch die Halbgötter erfreut, die für die verschiedenen Abteilungen der Versorgung verantwortlich sind. Und so herrscht kein Mangel an Naturprodukten. Die Ausführung von Yagyas hat noch viel andere Vorteile, die letztlich zur Befreiung von der materiellen Fessel führen. Wie es in den Veden heißt, werden alle Aktivitäten durch die Ausführung von Yagyas gereinigt. Wie im folgenden Vers erklärt wird, werden durch die Ausführungen von Yagyas die Speisen geheiligt. Und wenn man geheiligte Nahrung zu sich nimmt, reinigt man seine gesamte Existenz. Durch die Reinigung der Existenz werden die feineren Gewebe des Erinnerungsvermögens von Sünden gereinigt. Und wenn die Erinnerung gereinigt ist, kann man an den Pfad der Befreiung denken. All dies führt zu Krishna-Bewusstsein, der größten Notwendigkeit der heutigen Gesellschaft. Und wenn die Erinnerung des Erinnerungsvermögens von Sünden gereinigt ist, kann man an den Pfad der Befreiung denken. Und wenn die Erinnerung des Erinnerungsvermögens von Sünden gereinigt ist, kann man an den Pfad der Befreiung denken. Und wenn die Erinnerung des Erinnerungsvermögens von Sünden gereinigt ist, kann man an den Pfad der Befreiung denken.